Yo, welcome back zu einem neuen Video von mir heute mit dem Dominik in dem BikePike Ochsenkopf Ja und da chillen wir heute einfach mal ein wenig und fahren halt paar Runs und mal schauen, vielleicht magst du ja hier den Pauli hin der hat ja hier so ein neues Gadget an seinem Rad verbaut vielleicht macht ihr euch gleich mal einen Crash-Test damit und jetzt gibt es heute das Intro I get it Boah, Limit oder was? Achso Boah Der wird jetzt auch anders montiert Boah, es ging da oben ab Deswegen Alter, was geht denn ab? Boah Boah Wieder einfach mitten drinnen auf einmal Alter, doch mit dem Gabel Alter Boah Wie viele Beine da am Strand Wie viele Beine da am Strand Boah Wie viele Beine da am Strand Und aber sieht Clear Wie viele Beine da coaches Wie viele Beine da läuft oder in der Wow Wow Ah 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 Das war Stein, Alter. Mir hat das Hinterrad weggezogen. Ich habe einen Fulldrift gebracht. Inside oder wo? Ja, natürlich inside. Auf einmal zieht es mir das Hinterrad weg, Alter. Mach mal weiter. Das war's. ... ... ... ... ... ... Wow Oh Das geht Kommt mir nicht Achtung 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 Achtung